...gewicht für den BVB. Keine Ecke, Einwurf natürlich. Oh da, Mkhitaryan, Fehler! Der gibt eine Möglichkeit und die Chance! Und der erste Torschuss des VfL! Aber Mkhitaryan schießt da einen Bochumer an und dann ist plötzlich auf der linken Seite Terrasino völlig frei. Klar, weil Piszczek schon aufgerückt war, offensiv. Da hat keiner mit gerechnet, dass man da... Freistoß, Bochum, Möglichkeit. Schussversuch! Was für ein Ding! Das gibt's ja nicht! Die Bochumer, wenn sie aufs Tor schießen... ...versuch. Hier erstmal voll über den Ball. Und dann ist kein Dortmunder rechtzeitig zur Stelle. Und Bürki ohne Chance. Hochland zum ersten, Hochland zum zweiten. 2-0 Bochum. Dritter Torschuss. Bravo! Schade BVB! 59. Minute. Aber das ist natürlich ein Einstand nach Maß für Tim Hochland. Super Ding! Tick freundlicher die Mine, ja. Nur Raphael, man hat Simon Terodde. Da ist ja durchaus ein bisschen was geboten. In der Offensive. Also, Terrasino hat das Tor gemacht in der 33. zum 1-0. Kampel, Möglichkeit aus der Distanz. Oh ja, gut gesehen. So, jetzt aber. Na, also. Unter Duziak war es. Der war auffällig bisher. Duziak. Ne, Castro war es nicht. Duziak. Und dann Riemann ohne Chance. Muss hinter sich greifen. Duziak. Duziak. Na, will der sich in die Offensive...